Jesus berichtet in der Bibel das Gleichnis vom dummen Bauern. Dieser dumme Bauer war ein Mensch, der gewühlt hat, gearbeitet hat, geackert hat, geschuftet hat, um sich Reichtum anzuhäufen. Und es ist ihm gelungen. Er wurde reich, hat Scheunen gebaut, hat größere Scheunen gebaut, hat richtig was angehäuft. Und irgendwann kam er dahinter, dass er gesagt hat, jetzt ist alles prima, jetzt habe ich es geschafft. Und Jesus sagt, gerade in dem Moment wird seine Seele von ihm gefordert, er wird sterben. Das Gleichnis endet mit den Worten, Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Als Menschen sind wir Ebenbild Gottes. Er hat uns als Ebenbild geschaffen. Das beinhaltet unter anderem, dass wir ewig leben. Für immer. Ohne Ende. Wir werden immer existieren. Die Frage ist nur, wo werden wir existieren? Wo ist der Ort, wo wir nach diesem irdischen Leben hingehen werden? Weißt du, wenn du hier auf der Erde die Augen zumachst, im gleichen Moment machst du sie in der Ewigkeit auf. Und viele Menschen sind so auf dieses irdische Leben fixiert, dass sie das Verdrängen und sich nicht bewusst sind, dass das, was sie hier leben, die Weichenstellung ist für ihre Ewigkeit. Vor kurzem hat ein junger Engländer auf Ebay etwas Interessantes versteigern wollen, nämlich seine Seele. Er wollte seine Seele versteigern. Das Anfangsgebot sollte bei 25.000 Pfund und 50 Penny liegen. Ebay hat das dann vom Netz genommen, weil eine der Vorgaben bei Ebay ist, dass das, was dort versteigert wird, dass man das anfassen können muss. Und das war eindeutig nicht der Fall. Aber überleg mal, der Mann war bereit, für eine Handvoll Geld seine Seele zu versteigern. Ich glaube, dass das viele Menschen machen. Für Ruhm, für Ehre, für Ansehen, für Macht, für was auch immer. Aber Jesus sagte uns, was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Denk einmal darüber nach. Eigentlich ist deine Seele, dein ewiges Leben, das Kostbarste, was du hast. Und denk mal darüber nach, wie die Weichenstellung in deinem Leben momentan ist. Ich lade dich herzlich ein, einen Anfang mit Jesus zu machen oder einen Neuanfang mit Jesus zu machen. Wir haben Clips vorbereitet auf unserer Seite, wo du das tun kannst, wo du Gebete nachsprechen kannst und einfach hineingehen kannst in eine Beziehung mit Gott, die sicherstellt, dass du deine Ewigkeit, dein ewiges Leben am richtigen Ort verleben wirst. Nämlich in der Gegenwart des Herrn und nicht in der Gottesferne. Wenn du das tust, dann kann ich dir absolut zusagen, dass Gott viel, viel mehr für dich hat, als du nur erahnen kannst. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!